Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Odo Sendaidukai und in diesem Video geht es um das wichtigste Tool, das zum Einsatz kommt, wenn es um die Steuerung deiner DAW geht. Oder wie du vermutlich sagst, die Controller-DAW-Integration. Dann legen wir mal los. Es geht um die Controller-Skripts und zwar um die kostenlosen Open Source und ich würde sogar sagen Premium-Skripts, Driven by Moss von Jürgen Moosgraber, der besser bekannt ist als Moss. Falls du noch nie was davon gehört hast, was ich irgendwie bezweifle, erzähle ich eben mal kurz was darüber. Der Link zu den downloadbaren Scripts und zu Jürgens YouTube-Kanal mit all seinen Videos findest du in der Beschreibung. Kurz zusammengefasst handelt es sich dabei um fertige DAW-Integrationen für diverse Controller per MIDI, Open Sound Control, OSC, Mackey Hui oder Mackey MCU für BITIC und auch für Kokos Reaper. Bekannte Controller und Firmen, die von diesem Power-Paket direkt unterstützt werden, sind zum Beispiel Ableton Push, Push 2 und Push 3, diverse Arcai, Arturia, Native Instruments und Novation Controller, Electra One, Easy X-Gem, Fader Fox, Yeltex, Turn und sogar Gamepads. Darunter sind dann auch noch Tools wie ein MIDI-Monitor und ein Auto-Color-Skript, das Tracks automatisch nach ihrem Namen einfärbt. Für die Ableton Push 2-Integration in BITIC habe ich hier auf dem Kanal schon mehrere Tutorials produziert und zum Anschauen bereitgestellt. Diese Skripte zur DAW-Integration sind so durchdacht auf die einzelnen Controller bzw. den Praxiseinsatz abgestimmt, dass sich in der jetzt folgenden Schweigeminute komplett alle Hardware-Hersteller mit ihren Integrationen beschämt in die Ecke stellen sollten. Teilweise übersteigen die Funktionalitäten der Controller mit den entsprechenden Driven-by-Moss-Skript weit die Möglichkeiten, die die Hersteller dafür vorgesehen haben und sind sogar teilweise erst mit diesen Skripts ordentlich zu gebrauchen. Jürgen aka Moss hat hier einen absolut fantastischen Job gemacht. Und als wäre das noch nicht genug, setzten Moss noch einen obendrauf und packte ein universelles Skript namens Flexi oder eigentlich Generic Flexi mit dazu. Das ist ein generisches und sehr flexibles Skript. Mit diesem Flexi-Skript kannst du jeden Controller, den du irgendwie an deinen Computer anschließen kannst und der auch erkannt wird per USB-MIDI oder DIN-MIDI, OpenSound-Control-OSC, MacI, UI oder MacI-MCU selbst konfigurieren. Und um genau dieses geniale Generic Flexi-Skript geht es hier. Die anderen mitgelieferten Skripte kannst du natürlich auch benutzen, wenn du die entsprechenden Controller besitzt. So, jetzt aber zum Eigentlichen. Nachdem du DIN-MIDI bei Moss runtergeladen und installiert hast, willst du jetzt deinen super exotischen oder ganz einfachen Standard-MIDI-Controller konfigurieren. Ich mache das hier in BITIC, ich vermute in Kokos Reaper geht das aber ähnlich. In BITIC öffnest du die Einstellungen bzw. die Settings. Dann klickst du rechts auf Controllers. Und ganz unten in der Mitte klickst du auf Add Controller. Im aufgehenden mittleren Fenster unter Product wählst du dann Flexi aus und drückst Add auf der rechten Seite. Im neuen Controllereintrag kannst du mit einem Doppelklick auf den Schriftzug Flexi den Namen ändern. Ich mache das so, dass ich Flexi immer stehen lasse. So weiß ich immer sofort, dass ich hier ein Flexi-Skript benutze und erweitere es um den Gerätenamen, um den es geht. Dann wählst du auf der rechten Seite, wenn verfügbar, die MIDI-In- und MIDI-Out-Schnittstelle aus. Und es klappt sich eine sehr lange und beeindruckende Liste von Optionen auf. Das ist dann immer der Moment, in dem sich bei vielen die Schweißperlen auf der Stirn bilden. Aber immer locker bleiben, das sind einfach nur die immens vielen Möglichkeiten, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Los geht's mit einem Rundumblick, was du da vor dir hast. Der Ein-Aus-Knopf aktiviert oder deaktiviert das Skript und belegt die MIDI-Ports oder gibt sie wieder frei. Falls für deinen Controller noch ein anderes Skript auf deinem System verfügbar ist, wird das auf der linken Seite mit einem Pull-Down-Menü angezeigt. Wenn da nichts steht, ist da auch nichts. Das Zahnrad klappt die gesamte Konfiguration ein und aus. Die aktivierte Sprechblase sorgt dafür, dass manche Veränderungen als Pop-Up mitten in Bitwig gezeigt werden. Die Matrix sorgt für einen eingefärbten Rahmen, der um den Bereich gezogen wird, der aktuell mit den Knöpfen, Drehreglern oder Federn gesteuert werden kann. Direkt daneben kann die Farbe für den Rahmen eingestellt werden. Das Rechteck mit dem Pfeil in alle Richtungen ist die Einstellung, dass Bitwig den Bewegungen des Controllers folgt. So bewegt sich dann auch der eingefärbte Rahmen. Ein Klick auf das Fragezeichnen öffnet das PDF-Handbuch von Driven by Moss. So, darunter befinden sich die Slots. Damit kannst du 300 Einstellungen von Funktionen speichern, die du Knöpfen, Drehreglern oder Federn zuordnerst. In den Zeilen darunter siehst du die Eigenschaften eines Knopfes, Drehreglers oder Feders, wenn du ihn benutzt. Von welchem Typ die Message ist, welche Nummer der Knopf hat, auf welchem MIDI-Channel der gerade gesendet wird und so weiter und so fort. Und schließlich kommt der Set-Knopf, damit du deinen benutzten Knopf, Drehregler oder Federn dem ausgewählten Slot hier zuordnen kannst. Hier ein paar Power-Tipps. Nummeriere deine Funktion nicht von 1 aufsteigend durch, sondern gleiche die zum Beispiel MIDI-CC oder MCC-Nummer, die der Knopf Drehregler oder Federn sendet, mit dem Speicherslot ab. Also einen Knopf, der zum Beispiel MIDI-CC 86 schickt, speichere ihn auf den Slot 86. So kannst du immer komfortabel und schnell nachschauen, auf welchem Knopf sich welche Funktion verbirgt oder den Knopf schnell mit einer anderen Funktion belegen. Das dient einfach der schnelleren Wiederauffindbarkeit, welcher Knopf welcher Funktion zugeordnet ist. Viele der Knöpfe schicken ihre Messages über den MIDI-Channel 1, wiederum andere über den MIDI-Channel 16 und nochmals andere über den MIDI-Channel, der gerade eingestellt ist. Je nachdem kannst du das nutzen, um bei einem Controller, der nicht so viele Knöpfe hat, aber sowas unterstützt, die Knöpfe Drehregler oder Federn doppelt oder mehrfach belegen. Und damit mehr Funktionen unterbringen, als der Controller physische Schalter hat. Du kannst zum Beispiel alle Tasten einer Tastatur über den MIDI-Channel 2 bestimmten Funktionen zuzuordnen. Bei einem kleinen 25-Tasten-Controller hast du mit der Nutzung eines weiteren MIDI-Kanals 25 weitere Funktionen über den Controller zur Verfügung. Und du hättest theoretisch 15 nutzbare MIDI-Channels, also theoretisch 375 weitere Funktionen. Okay, nur 300, weil du nur 300 Speicher-Slots hast, aber auf der anderen Seite müsstest du dir all diese Funktionen merken können. Daher beschränke dich auf die nützlichen und wichtigen Funktionen, die du auch merken kannst. Als Beispiel hier ein paar nützliche Funktionen, Play, Stop, Record und Undo. Das Mod-Wähl auf verschiedene MIDI-Channels legen, um dort unterschiedliche Drehregler der Remote-Controls zu regeln. Wenn du sonst keine Drehregler oder Fader an dem Controller hast, zum Beispiel... Ein Knopf, der den MIDI-CC64 als Sustain Paddle triggert, sodass der Controller die zuletzt gedrückten Tasten hält, bis du diesen Knopf wieder drückst. Das ist eine Hold-Funktion, wenn dein Controller sowas nicht hat. Damit hast du die Hände frei, um in der Zwischenzeit andere Sachen machen zu können. Wenn du noch mehr Ideen hast, schreib doch deinen Vorschlag in die Kommentare. Also, wenn du den Knopf Set gedrückt hast, dann sollten die Einstellungen aus dem oberen Infobereich übernommen und in deinen Speicher-Slot zugeordnet sein. Diese Einstellungen kannst du jetzt auch manuell verändern. Meistens stimmt das alles so, wie es übernommen wird. Aber manchmal willst oder musst du aus bestimmten Gründen einige Einstellungen verändern. Wichtig sind da die Felder MIDI-Channel, wo du zum Beispiel auch alle MIDI-Channels auswählen kannst. Oder bei Knopf-Mode unterschiedlich konfigurierte Messages einstellen. Das kann von Controller zu Controller variieren. Im Bereich Selected Slot MIDI Device Update kannst du die Aktion wieder an deinen Controller zurückschicken. Manche Controller können diese verarbeiten und darstellen, andere nicht. Probier es einfach aus. Nun kommen wir zu den vielen Funktionen, die auswählbar sind. Diese sind in übersichtliche Kategorien aufgeteilt und es würde Stunden dauern, jede einzelne davon durchzugehen. Aber sie folgen alle denselben Prinzipien. Es gibt Tockel-Funktionen zum Ein- und Ausschalten, Select-Funktionen zur gezielten Auswahl, Scroll-Funktionen und Previous- und Next-Funktionen. Und das war es, glaube ich, auch schon. Einfach die Kategorie und dann die gewünschte Funktion auswählen und fertig. Es gibt noch zwei besondere Funktionskategorien. Das sind Modes und beziehungsweise Options und Actions. Die Modes und die jetzt zugehörigen Options bespreche ich in einem Extra-Video. Damit bringst du deinen Controller auf den nächst höheren Level. Und die insgesamt acht Actions, die du weiter unten konfigurieren kannst, betreffen alle möglichen anderen Funktionen, die Bitwig sonst noch zu bieten hat. Wie das Speichern des Tracks, Zoomen, die Piano Roll aufrufen, Comping-Funktionen und so weiter und so fort. Damit kannst du alle Bereiche in Bitwig über deinen Controller steuern, wenn du dir alle Zuordnungen merken kannst. Dann gibt es noch einen Global Shift Button, der ein paar weitere kleinen Funktionen von Bitwig bereitstellt. Wobei hier auch ein ganz spezieller Knopf notwendig ist. Das geht nicht mit jedem Knopf. Schau dir am besten dazu das Handbuch genauer an. Ich würde mir persönlich hier wünschen, dass Bitwig eine echte Shift-Funktion zur Verfügung stellen würde, mit der Knöpfe einfach doppelt belegt werden können. Denn oft genug hat man leider nicht genügend Knöpfe zur Verfügung, sodass eine virtuelle Verdopplung der Knöpfe durch die Shift-Funktion extrem hilfreich wäre. Und jetzt kommt die allerwichtigste Funktion, das Abspeichern deiner gesamten hier getätigten Flexi-Script-Konfiguration. Denn wenn du das nicht machst, dann ist nach dem Neustart von Bitwig alles weg. Hier wählst du einen Pfad und gibst den Dateinamen an, in dem deine Konfiguration gespeichert und beim Start von Bitwig oder des Controllers geladen wird. Kleiner Tipp, ich speichere meine Controller-Skripts in Bitwig Studio-Verzeichnis im gleichen Verzeichnis, in dem sich meine Projekte, Extensions oder Library befinden. Das Verzeichnis sichere ich regelmäßig und so sind dann auch gleich die Controller-Skripts mitgesichert. Das Neuladen des Skripts ist auch manchmal sehr hilfreich, wenn du sehr viele Veränderungen an deinem Flexi-Skript machst. Das kann schon mal den Controller verwirren. Dann hilft es oft, das Skript einfach für ein paar Sekunden mit dem Ein-Aus-Knopf ganz oben links aus und dann wieder einzuschalten, sodass sich der Controller neu initialisieren kann. So, darunter die Keyboard-Pads-Sektion. Dort kannst du einstellen, welche MIDI-Messages das Flexi-Skript ungefiltert an die DAW weiterleiten und welche es verarbeiten soll. Merke, wenn das Flexi-Skript diese Messages verarbeitet, dann kommt nur noch diese verarbeitete Message an die DAW. Also zum Beispiel, wenn du einen MPE-Controller oder einen Sustain- oder Expression-Paddle nutzt, falls irgendeines deiner angeschlossenen Geräte nicht mehr so funktioniert wie vorher oder wie es sollte, dann schau mal hier rein, was hier definiert ist. Die Actions habe ich ja vorhin besprochen. Ganz unten befindet sich der Punkt Workflow, in dem du die Empfindlichkeit der Knöpfe im Normal- oder Langsam-Modus einstellen kannst. Und ob deaktivierte Tracks, Sends, Devices und Layers von deinen definierten Funktionen ausgenommen werden sollen oder nicht. So, das war jetzt fast das gesamte Flexi-Skript mit Ausnahme der Modes bzw. Options. Aber wie gesagt, bespreche ich das in einem anderen Video. Wie du siehst, ist das alles recht einfach, aber du hast halt extrem viele Möglichkeiten, wie du deinen Controller ganz individuell in deiner DAW nach deinen Wünschen und Bedürfnissen integrieren kannst. Wenn du das Video hilfreich fandest, dann gib dem Video doch bitte einen Daumen hoch, schreibe einen Kommentar oder einen Gruß unter das Video und noch mehr freue ich mich, wenn du das Video weiter teilst. Dankeschön. So, das war es auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendaidukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.